Hey, heute möchte ich euch die faszinierende Welt der Kantenfräser vorstellen. In diesem Video zeige ich euch die 5 besten Kantenfräser auf dem Markt, die euch dabei helfen werden, eure Holz- und Metallprojekte auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, um über zukünftige Videos informiert zu bleiben. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und hinterlasst mir einen Kommentar, um eure Meinung zu den vorgestellten Kantenfräsern mitzuteilen. Aktiviert außerdem die Glocke, um keine Benachrichtigungen zu verpassen, wenn ich neue Inhalte veröffentliche. Lasst uns jetzt in die Welt der Kantenfräser eintauchen und herausfinden, welche die besten auf dem Markt sind. Viel Spaß mit dem Video. Die Bosch GKF12V8 ist ein beeindruckendes Werkzeug, das sowohl für Heimwerker als auch für professionelle Anwender entwickelt wurde. Diese Kantenfräse wird ohne Akkus und Ladegerät geliefert und ist somit ideal für diejenigen, die bereits Teil des Bosch Professional 12V-Systems sind oder die Möglichkeit haben, diese Komponenten separat zu erwerben. Ein positiver Aspekt ist ihre kompakte Größe und ihre Leichtigkeit. Mit einem Gewicht von nur wenigen Kilogramm ist sie äußerst handlich und ermöglicht präzises Arbeiten auch in engen Räumen. Die Fräse verfügt über einen 8mm Fräskopf Schaft, der eine Vielzahl von Fräsaufgaben bewältigen kann. Die Qualität der Fräsergebnisse ist bemerkenswert, da die Maschine eine hohe Drehzahl und eine präzise Steuerung bietet. Ein weiterer positiver Punkt ist die Verwendung des Bosch Professional 12V-Systems, das eine hohe Kompatibilität mit anderen Bosch-Geräten und Akkus gewährleistet. Dadurch können Benutzer ihre vorhandenen Batterien und Ladegeräte nutzen, was Zeit und Geld spart. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass die Bosch GKF 12V8 ohne Akkus und Ladegerät geliefert wird. Das bedeutet, dass zusätzliche Kosten anfallen, wenn man diese noch nicht besitzt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Entscheidung von Bosch getroffen wurde, um Benutzern, die bereits über das 12V-System verfügen, eine kostengünstige Option zu bieten. Die Bosch GKF 550 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das speziell für anspruchsvolle Fräsarbeiten entwickelt wurde. Mit ihrem robusten Design und einer Vielzahl von Funktionen ist sie ideal für professionelle Anwender und ambitionierte Heimwerker. Ein positiver Aspekt ist ihre Vielseitigkeit. Sie verfügt über einen Parallelanschlag und eine Rollenführung, die präzises Arbeiten und eine einfache Führung des Werkstücks ermöglichen. Dadurch können auch anspruchsvolle Fräsarbeiten mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden. Die Maschine wird mit zwei Schraubenschlüsseln geliefert, die den Werkzeugwechsel schnell und unkompliziert machen. Ein weiterer positiver Punkt ist die Leistung der Kantenfräse. Sie bietet genug Kraft, um selbst härteste Materialien zu bearbeiten. Die Drehzahlregelung ermöglicht es dem Benutzer, die Geschwindigkeit an die spezifischen Anforderungen anzupassen und ein optimales Fräsergebnis zu erzielen. Die Bosch GKR 550 zeichnet sich auch durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Die ergonomische Gestaltung des Werkzeugs sorgt für ein komfortables Handling, auch bei längeren Arbeitszeiten. Die Maschine liegt gut in der Hand und ermöglicht präzise und ermüdungsfreie Fräsarbeiten. Ein möglicher negativer Punkt ist das Gewicht der Kantenfräse. Aufgrund ihrer robusten Bauweise ist sie etwas schwerer als vergleichbare Modelle. Dies kann bei längeren Arbeiten zur Ermüdung führen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Gewicht auch zur Stabilität und Langlebigkeit des Werkzeugs beiträgt. Die Bosch Advanced Trim Router 18V 8 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das sowohl für Profis als auch für Heimwerker entwickelt wurde. Mit einem bürstenlosen Motor und dem innovativen 18V-System bietet sie eine beeindruckende Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von Fräsarbeiten. Ein positiver Aspekt ist ihre hohe Leistungsfähigkeit. Der bürstenlose Motor sorgt für eine effiziente Kraftübertragung und ermöglicht präzise und kontrollierte Fräsarbeiten. Mit einer Leerlaufdrehzahl von 30.000 Umdrehungen pro Minute bietet diese Kantenfräse genug Power, um auch in harten Materialien saubere und glatte Fräsergebnisse zu erzielen. Ein weiterer positiver Punkt ist die Kompatibilität mit dem 18V-System von Bosch. Wenn ihr bereits über Akkus und Ladegeräte aus diesem System verfügt, könnt ihr sie mit dieser Kantenfräse verwenden und Kosten sparen. Das macht die Bosch Advanced Tram Router 18V 8 zu einer kostengünstigen Wahl für diejenigen, die bereits Teil des 18V-Systems sind. Ein weiterer Vorteil ist die positive Testnote sehr gut des Magazins, selbst ist der Mann. Diese Anerkennung zeigt, dass die Kantenfräse in Bezug auf Leistung, Handhabung und Qualität überzeugt und von Experten als erstklassiges Werkzeug bewertet wird. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass die Kantenfräse ohne Akku geliefert wird. Das bedeutet, dass zusätzliche Kosten anfallen, wenn ihr noch keinen passenden Akku besitzt. Jedoch ist es wichtig zu beachten, dass dies eine gängige Praxis bei vielen Werkzeugen ist, um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre bereits vorhandenen Akkus zu verwenden. Die NST Kantenfräse ist ein vielseitiges Werkzeug, das für präzises Fräsen von Holz entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 710 Watt und einem 15-teiligen Hartmetall-Fräserset bietet sie eine gute Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis. Ein positiver Aspekt dieser Kantenfräse ist ihre Vielseitigkeit. Sie eignet sich nicht nur zum Kantenfräsen, sondern auch für verschiedene andere Fräsarbeiten. Mit dem mitgelieferten 15-teiligen Hartmetall-Fräserset kannst du eine Vielzahl von Profilen und Formen erstellen. Das ermöglicht es dir, deine Kreativität beim Holzfräsen auszuleben. Ein weiterer positiver Punkt ist die Leistungsfähigkeit der Einhandfräse. Mit einer Leistung von 710 Watt bietet sie ausreichend Kraft, um auch in härteren Hölzern präzise Fräsergebnisse zu erzielen. Die einstellbare Drehzahl ermöglicht es euch, die Geschwindigkeit an die jeweiligen Aufgaben anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein möglicher negativer Punkt ist die Qualität und Haltbarkeit des Produkts. Da es sich um ein preisgünstiges Werkzeug handelt, kann die Verarbeitungsqualität möglicherweise nicht mit hochwertigeren Modellen mithalten. Es ist wichtig, die Maschine sorgfältig zu verwenden und ihre Grenzen zu beachten, um sicherzustellen, dass sie ihre Funktionen optimal erfüllt. Die Bosch GKF 600 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug für präzises Fräsen von Kanten. Mit ihrem umfangreichen Zubehör und ihrem robusten Design ist sie sowohl für professionelle Anwender als auch für Heimwerker geeignet. Ein positiver Aspekt ist die umfangreiche Ausstattung. Sie wird mit einem Mausschlüssel, einem Parallelanschlag, einer Führungshilfe und Spannzangen in den Größen 6 und 8 mm geliefert. Dadurch habt ihr alles, was ihr für eine Vielzahl von Fräsarbeiten benötigt, in einem praktischen Handwerkerkoffer. Ein weiterer positiver Punkt ist die präzise und einfache Handhabung der Kantenfräse. Der Parallelanschlag ermöglicht es euch, das Werkstück genau zu führen und saubere Kanten zu fräsen. Die Führungshilfe sorgt für eine exakte Positionierung und erleichtert das Arbeiten. Mit einer hohen Leistung und einer variablen Drehzahlregelung könnt ihr die Geschwindigkeit an die spezifischen Anforderungen anpassen und optimale Ergebnisse erzielen. Die Bosch GKF 600 zeichnet sich auch durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus. Das solide Design sorgt für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer des Werkzeugs. Ihr könnt sicher sein, dass die Kantenfräse auch bei intensivem Gebrauch zu verlässig arbeitet. Ein möglicher negativer Punkt ist das Gewicht der Kantenfräse. Aufgrund ihrer robusten Bauweise ist sie etwas schwerer als andere Modelle. Dies kann bei längeren Arbeitszeiten zu Ermüdung führen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Gewicht auch zur Stabilität und Langlebigkeit des Werkzeugs beiträgt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dieses Video über die besten Kantenfräser mit mir angesehen habt. Ich hoffe, ihr konntet nützliche Informationen und Inspiration für eure Projekte mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, um eure Unterstützung zu zeigen und teilt eure Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fräsen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fräsen.